Und damit willkommen zurück zu Kallisto-Protokoll. So, wir müssen eigentlich nur noch das Tor aufmachen. Und ich vermute, dass dann hier gleich eine Hode kommt. Mal schauen, was passiert. Ich versuche es. Oh, geil. Abwechslung. Oh, erstmal hier. Nice. Ich weiß noch nicht, wie viele Credits wir haben. Oh, 837. Und ich habe was zum Verkaufen. 937. Okay. Stabilitäts-Schaden-Upgrade. Warte mal, Schaden, glaube ich, hätte ich gern... Ach, das habe ich schon gekauft. 2700. Pistole. Was haben wir hier? Energie-Upgrade-Medium. Auflade-Zeit. Tempo. Hm. Nochmal Pistole. 600. Ja, komm. Wollte ich erst das da hier machen muss. Witzig ausgehen, aber... Okay. Machen wir mal hier das Upgrade. Abgeschlossen. Okay. Okay. Sehr gut. Und vielleicht nochmal Tempo. 300. Qualitätsprüfung bestätigt. Sehr gut. Sehr gut. Der Spaß kostet 900. Jetzt haben wir noch 300. 100. Ja, komm. Machen wir mal das Upgrade. Gut. Und das war es dann mit dem Money. Ja. Passt. Los geht's. Hier noch was? Nö. Und auch. Ah, so. Immer noch draußen. Alles klar. Okay. Stromreaktor. Die werden mich doch nicht einfach so in diesen Kontrollraum reinlassen, oder? Weißt du was? Wie ging das nochmal? Nee. Wieder. Probieren wir mal die große Wumme aus. Gutis. Keine Gutis. Okay. Ich glaube, das ist eine Ahnung. Oh, ey. Nein. Nein, 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 nein. Du Arsch. Nice. Okay. Das war so klar. Ich dachte mir schon, wenn der das erste Mal rauffahren muss, dann wird mich da irgendwas überraschen. Was? Gefangenentransfer? Ja. Das sieht nach einem sehr interessanten Transfer aus hier. Gut ist. Keine Gutis. Okay. Ja dann. Sicherung erforderlich. Ja, also. Was mache ich mit dir? Kann ich da rein? Ah. Sicherung. Jetzt komm. Geh rüber. So, bitte lass den nicht raus. Dankeschön. Oh. Gutis. Nice. Wannst du noch mehr? Ne, sieht nicht so aus. Ah doch. Nice. So, lass den nicht raus. Okay. Schön da drin bleiben. Schön da drin bleiben. Aha. Guck, da sag mal. Oh, geil. Doch war Munition. Hab ich gern. Viel Spaß da unten noch. Komm vielleicht später vorbei. Vorbei, eher nicht. Das sieht dann auch aus, als ob ich hier Gegnerwellen krieg. Also erstmal hier rauf. Okay, da konnte ich nix machen. Uh, geil. Gutis. Ja. Ja. Ich will's gar nicht wissen. Oh. Gut. Läuft wieder. Ah, jetzt kommen die Olli, ne? Nice. Na, noch mehr? Hey. Soll'n es? Ah. Komm' her. Mann. Komm' her. Ah. Komm's her. Ja. Also ehrlich, dann kommt was halt zu. Ah. Der nächste. Ach, Mann. Ich hab kein Saft mehr. Fuck. Scheiße. Ah. Na, nicht immer. Gott. Das war jetzt nicht ganz so ideal. Der Ansatz, glaub ich, war richtig. Aber, nee. Geht nachladen, soll'n. Wer's immer noch nicht wissen. So. Und den wär' genau gleich. Nice. Komm' her. Komm' her. Komm' her. Haha. Haha. Scheiße. 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 Gut. Ich hau' hier mal ab. Ich weiß, man könnte sie jetzt hier noch looten. Oh, was ist los? Performance. Ja. Hab' Probleme. Oh, nochmal seine Upgrade-Station. Äh. Können wir noch das andere Teil-Laufer kaufen. Nice. 337. Ja, das bringt nix. Was haben wir hier? Das haben wir alles schon gekauft. Locken. Konterangriff. Herkommen. Aktivierung der Druckfertigung. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Jut. Wieder kein Geld mehr. It was. Sonst noch irgendwas. Nachdem du den letzten Angreif eines Gegners erfolgreich geblockt hast, drücke ich die linke Meisterse... Ja, okay. Okay. Sonst nix hier dran. Ah, nö. Schade. Okay. Spaßbaden drücken. In... In... Leih... Zwei... Eins... Okay, ich wende die Raupe. Wir treffen uns draußen. Ich will's hoffen. Ja. Will's auch hoffen. Weil erstmal was Neues, wenn wir mitfahren dürften. Wenn wir ein angenehmes Reisen hier hätten. Flucht aus diesem Gefängnis, vor sich selbst. Oh, servus. Der einzige Weg in die wahre Freiheit ist der innere Weg. Nur wer sich selbst kennt, kann sich so entwickeln, wie es seine Bestimmung ist. Ja, ist klar. So, der Leih. Rückschleise. Oh, Kiste. Nice. Da, nachlaufen bitte. Ähm. Da raus. Ja, ist klar. Na, wer von euch steht auf? So, vielleicht. Äh, what the fuck? Ja. Ja. Nichts in seiner. Ich hab's gewusst. Und der zweite. Nice. Okay. Looten will ich dich aber trotzdem. Neues Leben. Wo vielleicht? Und bestimmt du, ne? Ja. Alter, die Schrotten. Der ist geil. Wow. Ich da rein. Steig ein. Nein. 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 Alter, wir sind endlich mal nach dem Fahrzeug. Und können angenehm reisen. Ich erkennle nichts da draußen. Also. Verdammt, hat die Klappe. Was ist dein Problem? Dann ist still. Wir sind gleich da. Nein. 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 Was genau machen wir jetzt? Hey, komm zurück. Oh, mein Gott. Das ist mein Schiff. Ah. Okay. Hey, Danny. Was machen wir hier? Ich muss das mit eigenen Augen sehen. Was denn? Spezialkisten, was wir damals gesehen haben? Wo zum Teufel willst du hin? Äh, ich kann irgendwie nicht laufen. Komm. Ja, dann halt nicht. Ah, das ist da, wo sie rein sind. Das ist das Cockpit hier. Ob hier jetzt noch ein Lumpel ist? Aha. Nice. Und nochmal Sachen zum Verchecken. Man, irgendwie ruhe nicht, dass in der Demzeit uns da... Ja, weiß er nicht, aber ich glaube, der Schiff braucht eine Reparatur. Ja, da sind sie ja. Hey. Was tust du da? Was ist da drin? Äh, Medizinkram. Bullshit. Mach's auf. Warum? Weil ich es sage. Und weil wir vorher nirgendwo hingehen. Tja, okay. Gut. Was? Ja, hab's dir doch gesagt. Aber, glaub, Akten hast du mehrmals geliefert, kurz vor dem Vorfall. Ja, ich und viele andere Frachter. Versuch nicht, dich draufzureden. Du steckst da mit drin. Ich hatte nichts mit der Sache auf Yoruba-Typen. Was ist mit dir? Ah, dieses Implantat vernehmert mir den Verstand. Das ergibt keinen Sinn. Aber ich finde es raus. Wollen wir doch mal. Das Implantat wird uns noch irgendwie Probleme bereiten. Irgendwer muss uns hier rausfliegen. Komm jetzt, wir gehen. Ist er jetzt endlich, der Hangar? Was dachtest du, würdest du finden? UJC-Biokampfstoff. Von Europa hierher verfolgt. Zu meinem Schiff? Das dachte ich mir. Der Kontrollraum ist direkt vor uns. Mach dich bereit. So bereit, wie man halt sein kann, ne? Okay, hier sieht es einigermaßen normal aus. Wollen wir mal kurz umsehen. Gut, ich... Oh, da bringt was. Naja, ist ja klar. Moin! Ja, da könnten wir auch noch reingehen. Und da hat es auch Goodies. Sehr nice. Ne, Metall voll. Ja, geil. Warte mal. Okay. Gut, das geht nicht auf. Alles klar. Ja, aber endlich bin ich nicht mehr allein. Aber das wird vermutlich nicht lange so bleiben. Es wird wieder ein Part kommen, wo da was... Ja, deine Strahlekanister habe ich schon gefunden. Äh, wieder raus? Okay. Ein, zwei Mal. Guter Punkt. Das Schiff wartet im Orbit. Ich aktiviere den Fernruf. Das wird doch bestimmt nicht so einfach gehen. Wir können den Aufzug im nächsten Raum nehmen, um aufs Landungsdeck zu kommen. Ja, von da aus sind wir losgeflogen. Ich erinnere mich. Echt jetzt? Das war's? Nee. Oh. Ich rufe den Aufzug. Äh. Okay. Ich brauche dir diese Leichen an. Sie töten alle. Ich vermute, jemand versucht zu verschleiern, was hier passiert ist. Es wird kurz dauern. Schau dich um. Vielleicht findest du was. Mhm. Der Seher hat er gedacht. Ja, ihr mit der Roll. Ist klar. Ja. Wer hat die Roboter so kaputt gemacht? Was zur Hölle hat Komfort? Proben, die in modifizierte Gamma-2-Frachtcontainer verladen wurden? Dachte er, der Einsatz von zivilen Auftragnehmern würde irgendwie verhindern, dass ich es herausfinde? Das ist keine Wissenschaft. Das ist reiner Wahnsinn. Hm. Rauf oder runter? Rauf. Bin ich bei Seem angenehmer als wie runter. Boah, das ist ein... Lüfter ganz schnell in Sorte. Ja, sind wir. Ohne deine Hilfe hätte ich's nie geschafft. Ich weiß. Das scheint dich nicht zu überraschen. Was denn? Nichts von allem. Und der ganze Scheiß, der hier abgeht. So was hab ich schon mal gesehen. Auf Europa. Europa? Die Nachrichten behaupten, dass ihr das wart. UJC-Propaganda. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Wie bei mir und der Fracht, die ich transportiert haben soll. Vielleicht. Ich würd's gern glauben. Ja, ich mein, wir haben... Oh, hier gibt's eine Hilfe. Aber sowas von... Da heißt es. Nach zwei Minuten! Das passt genau! Das ist viel größer als mein altes Schiff. Kannst du es fliegen? Ja. Ich kann alles fliegen, wenn es uns hier wegbringt. Äh, was machst du da? Ich mach gar nichts. Ja. Man muss akzeptieren, was man nicht ändern kann. Trotzdem, sie sind wirklich weit gekommen. Vielleicht hatten sie beide doch Potenzial. Mr. Lee und Mr. Kamura. Ihre Reise war besonders weit. Den ganzen Weg von Europa. Was sagen Sie? Doch leider steht zu viel auf dem Spiel. Und das Protokoll muss erfüllt werden. Auch wenn dies ihr Ende ist, haben sie sich meinen Respekt vergnügt. Alter. Nein, nicht. Lauf. Lauf! Lauf, lauf! Jacob! Nimm meine Hand! Jacob! Was? Äh, was zum... Nee. Ernst, jetzt. Okay. Okay, ich mach... Okay, wenigstens von hier. Aber solche Sequenzen sind halt schon sehr nice. Oder einmal nach links. Was zum... Ach, ach komm. Okay. Dann halt nochmal. Diesmal nicht. Go hin. Äh, was... Okay. Oh, na. Nein. Nein. Hm. Es nimmt so ein bisschen die Spannung, ne? Ja, jetzt mal ganz nach rechts. Und nach links. Dankeschön. occupier. Und nach rechts. Ah! 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 Donnie! 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 Okay. Oh, was? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass sie uns findet. Das ist eine sehr gute Frage. Warte, Moment. Die Konsole funktioniert noch. Oh Gott. Was ist das? Die ursprüngliche Kolonie, auf der das Gefängnis gebaut wurde. Da ist ein Aufzug in der Nähe. Der bringt uns zum Transportzentrum. Von dort zur Kolonie und dann zurück nach Black Iron. Zurück nach Black Iron? Nein! Kommt nicht in Frage! Wir sind fast gestorben, um da rauszukommen! Mir geht's nicht ums Fliehen, Jacob! Worum geht es dann? Nicht mehr! Worum geht es? Um Antworten! Warum schießt der Warden eines deiner eigenen Schiffe ab? Und was hat das mit Europa zu tun? Das sollte doch nur ein weiterer Job sein! Das ist verdammter Irrsinn! Lass mich raten, hier unten ist alles noch abgefuckter. Wie der Rest von Callisto. Bis sie hier ein Gefängnis gebaut haben. EUJC muss ja irgendwie Geld verdienen, oder? Wundert mich, dass noch Strom da ist. Diese alten Fusionsgeneratoren sind sehr robust. Ja, so wie dazu. Klingt so, als würde der Hangar immer weiter einstürzen. Ja, der Aufzug sollte gleich da vorne sein. Auf der Karte gab es ein paar Ebenen tiefer einen Wartungskorridor. Könnte eine Abkürzung zur Kolonie sein. Ich hoffe, dein Plan bringt uns nicht beide um. Es wird schlimmer. Wir sollten uns beeilen! Ähm, ja... Hier ist es, stimmt's? Ja. Aber ich sehe keinen Aufzug. Mist. Er ist kaputt. Ich hatte gehofft, wir hätten Glück. Aber hier bricht alles zusammen. Tja, es muss noch einen anderen Weg dort runter geben. Gehen wir ihn! Komm! Es ist vermutlich aber auch nicht die schlaueste Idee, in einem Gebäude, was zusammenstürzt, einen Aufzug zu nehmen. Ich sehe gerade, ich sollte die Waffe mal nachladen. Äh... Ach, da bist du. Ja, ist klar. Alles gut. Danke. Ich sehe noch einen Weg. Wir sehen uns später. Sei vorsichtig. Ist schlimmer als ich dachte. Ja... Aber könnten wir... Könnten doch da jetzt so seitlich eigentlich so drüber gehen und dann auch da die Leitern nutzen. Aber okay. Wie triggert da die ein? Dann ist das so von der Pistole. Hä? Hä? Aufzug, Abflug? Scheiße! Ja! 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 Muss ich überhaupt hin? Nicht weiter runter, oder? Ähm... Okay, sie geht auch runter. Ähm... Ach, da rüber! Okay. So... Einmal an der Ecke, dann machen wir da weiter runter. Bitte. Ja, so... weit nach unten, glaube ich, geht's jetzt nicht mehr. Oh, der ist kraftweg. Naja... Oder auch nicht. Wir haben Glück. Ja, geht doch. Hier drüben. Hab den Wartungskorridor gefunden. Kannst du mal auf mich warten? Komm, es ist nicht weit. Ja, kein Stress. Ja, das wird bestimmt gut gehen. Verdammt! Schnell! Hilfe! 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 Es war so knapp. Ja, kein. Oh, super. Du? Ruah! Das war's. Servus, Kollege. Mehr? Oh, was? Wollte ich schon sagen. Okay. Habt's hier... Oh, ihr habt's auch Loot. Cool. So. So, Exit. Exit, Exit, Exit. Hier. Oh. Wann da? Ja, oder so. Damit ein Loot. Was war das denn? Dani! Ich weiß nicht wie, aber diese Dinger sind auch hier unten. Anders. Älter. Ja, was der Hund vermutlich angefangen hat. Trotz du mich hörst, ich versuche das Transportzentrum zu erreichen. Don't make a sound. Das heißt, wir könnten hier mit Schleichangriffen arbeiten. Nein, sie wirken jetzt nicht sehr gefährlich. Goodies. Nö. Ach, da geht's weiter. Oh, da unten liegt ein Goodie. Okay. Hier geht's später weiter. I guess. Oder das ist wieder eine Abkürzung für irgendwas. Missionsprotokoll 001. Bericht von Dr. Yoon. Wir sind gerade am alten Transportzentrum angekommen. Es war die vergangenen 75 Jahre versiegelt wie eine Gruft. Die vorläufigen Messwerte sind nicht eindeutig, aber es gibt keine unmittelbaren Hinweise auf einen Bruch in der Eindämmungszone. Ich muss sie ja nicht unnötig aufwecken. Und make a sound. Ich dachte irgendwie, da hinten geht's weiter, aber okay. Ja, du siehst mich ja nicht, ne? Ich bleib jetzt da stehen. So, komm, von hinten. Nice. Scheiße. Das war nicht so gut. Okay. Hey. Ich dachte, der ist tot. Aber ich glaub, die mutieren viel schneller. So, her damit. Und auch von euch, bitte. Ja, wir machen Abflug. Ja, das sieht nett aus hier. So. Warten wir durch. Dankeschön. Ach, ihr könnt das auch machen. Moin. Moin. Bist du auch ein Blinder? Nice. Oh, Spielzeug. Komm, letzte Tür noch. Sehr nice. Nee, das ist aber nicht die eigene Tür, was jetzt... Really? Okay. Aktiv einmal im Kreis. Oh, mal wieder mal. Wenn da schon eine Kiste ist, soll ich sie vielleicht auch aufmachen. Hm, Inventar vollen, eher geil. Okay, das heißt dann, bei der Einkreuzung auf die andere Seite. Aber beschaubar. Okay, Leute, ich merk grad, wir sind an der Zeit. Ich würd sagen, das machen wir an der nächsten Episode. Wenn's euch spannend hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ciao, ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.